Heute testen wir, also das Sheriff's Department von Reno, eine neue kugelsichere Weste, die extra entworfen wurde, um uns bei Auseinandersetzungen zu schützen. Diese da scheint gut genug zu sein, um einen Laster aufhalten zu können. Okay. Fertig? Wir halten. Scheiße. Wir halten. Morgen, Leute. Ihr wisst sicher noch, dass Reverend Le Carp von der halben Stunde der Kraft mit dem Herrn auf Kanal 38 bei uns mal vorbeigucken wollte. Ja. Er ist hier. Ja. Uns führt ihn gerade ein bisschen rum. So, benehmt euch. Ihr wisst schon wie. Keine Schimpfwörter und sowas. Keine Schimpfwörter? Genau, jedenfalls solange er hier ist. Das ist doch klar. Also wenn ihr wollt, dann lasst es jetzt noch mal raus. Ja, alter, Funzen, Maus, Funzen, Maus, Funzen, Maus. Kling. Kleinschwanz, Maus, Maus. Kleinschwanz, Maus. Okay, das reicht. Dreckmöse. Reverend Le Carp ist nicht zu erklären. Er dürfte derjenige sein, der Jesus hier bei uns auf Erden am nächsten sein dürfte. Ich seh mir die Le Carp Show jede Woche einmal an. Ich liebe diesen Kerl. Äh, neben diesem komischen indisch aussehenden Typen, der diese dämliche Jacke trägt und in der Sendung den Teufel aus den Leuten heraussteppt, halte ich ihn für den besten Fernsehprediger, den es bei uns gibt. Siehst du die Sendung auch? Seh ich mir lieber die Amoriden von unserem Chef an. Äh, Reverend Le Carp. Gott möge euch segnen, meine Kinder. Gott segne euch. Ist das eine Freude, euch zu sehen? Ich bin glücklich. Wie geht es Ihnen? Wie heißen Sie? Travis Junior. Gott sei mit dir, Travis. Sie sind dein wunderbarer Sohn. Vielen Dank, mein Freund Clementine. Hallo. Clementine, komm her, Baby. Wie geht es dir? Oh, ihre Strändchen sehen ja toll aus. Oh, deine auch. Even Trudy. Hi, Trudy. Ich stelle mich mal hier vorne hin. Ich wollte nämlich gerne ein paar Worte zu euch sprechen, wenn ihr nichts dagegen habt. Meine Freunde, danke für eure Einladung. Ja, vor zehn Jahren war ich noch ein Sünder. Ich habe gesündigt und wurde auch sofort bestraft, denn ich wurde gefasst. Und ich wurde hier in diesem Gefängnis eingesperrt. Nein. Das kann doch nicht sein. Auch wenn ich meinen Anruf, der jedem Gefangenen zusteht, nicht machen durfte, ich weiß immer noch nicht warum und frage mich das heute noch, hat Gott mich angerufen und ich, ich bin rangegangen und habe geantwortet, weil ich daheim war. Jetzt kommt's. Halleluja. Er sagte mir, dass ich sein Bote sein soll, dass ich hinausziehen und sein Werkzeug sein soll und ich habe auf der Stelle geschworen, und dass ich sein größter Apparat sein würde, den er sich vorstellen kann. Ja, riesig. Halleluja. Ich weiß nicht, ob das ein Apparat ist. Vor zwei Tagen sprach Gott abends wieder zu mir und er sagte, Gek, sorg dafür, dass sich der Kreis schließt. Er sagte, du musst zurückkehren zu deinem Ursprung. Kehre dahin zurück, wo alles begann und mach ein Special der halben Stunde der Kraft von diesem Gefängnis aus, damit du nämlich in derselben Zelle, in der du gerettet hodest, auch andere Seelen retten kannst. Hat er gesagt, wann Sie das tun sollen? Er sagte, so schnell als möglich und ich bin jetzt bereit. Wie, wäre Freitag? Freitag wäre gut. Freitag ist absolut in Ordnung für mich und ich meine, ich freue mich, Sie alle zu sehen und für mich. Herr Schellchen, Sie sind folgt. Gott und Jesus, möge euch segnen. Und vielen Dank auch. Ja, auch für Sie. Gott segne Sie auch. Gott segne Sie. In der Zelle haben wir aber im Moment keine. Ich meine, die ist schon seit über zwei Tagen leer. Dann müssen wir mal ein paar Straftäter aufreißen und zwar sofort. Kümmert ihr euch darum? Ja. Aber keinen, der komisch aussieht oder irgendwie dreckig ist. Keine Messerstecher oder Crackarten. Keine crackigen Kopfstecher, ist klar. Genau. Zum Nuttenmarkt sollten wir fahren, wäre doch einfach, oder? Ist nicht, ja? So ein paar Samenfänger finden wir da garantiert. Ist das dieser neue Bagel-Laden? Der Nuttenmarkt? Ich hab dich verstanden, ich bin nicht blöd. Was sagst du dann? Schatzi. Also, wo fahren wir hin? Da kriegst du doch keine Bagels. Ach so, die Nuttenmarkt. Immer der furchte Name, wo die ganzen Nutten fett schon finden, okay. Siehst du, jetzt haben sie ab und abends ganz eilig. Hey, 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 hey. Hallo. Wie geht's denn so? Er geht. Er steht? Wem steht er denn? Sie sagt, es geht. Ach so. Äh, können Sie mir einen Gefallen tun? Sie verstehen mich doch, ja? Verstehen. Okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Können Sie mir mal bitte etwas nachsprechen? Mhm. Danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Bisschen flach brüste ich, nicht? Bei dem Satz Titten? Ich danke dir, Jesus. Der Typ wohnt da oben. Ich danke dir, Jesus. Wow, damit kämen Sie im Vatikan umsonst rein. Und wofür soll ich dem da gehen? So gut wie gekauft. Der zahlt auch für guten Vorträge. Nicht auf den Kopf gefallen. Die ist echt klasse. Okay, Sie können ja das spielen. Ja. Ich gratuliere Ihnen, Sie sind verhaftet. So sieht es aus. Steigen Sie jetzt in den Wagen und keine Widerworte. Weißt du, mir fällt da gerade was ein. Wie wäre es denn, wenn wir Sie in den Rollstuhl setzen? Ja, Mensch, das könnten wir machen. Das wäre doch was. Das ist eine spitze Idee. Dir fallen immer Sachen ein. Krüppel mögen doch alle nicht. Ja. Audi, wie geht's dir, Typitin? Hey, hey. Ganz gut, Kumpel. Hey, was soll das heißen? Gratis Limonade für ein Nigger, hm? Schön, Sie zu sehen. Das freut mich für Sie. Es freut mich, dass Sie mal vorbeigekommen sind. Gut, aber das Schild da nehmen wir runter, hm? Moment, das ist Ihnen viel wichtiger, als das Schild runterzunehmen, wäre es doch die Macht des Wortes runterzuschrauben. Denn das Wort Gratis Limonade für ein Nigger. Lassen Sie das rein. Wir können das ändern. Wenn euch Nigger stört, dann nennen wir Zitronen so. Riesige, gelbe, tierisch saure Zitronen. Stellt euch vor, das ist ein süßes Eis, umgeben von leckerem, gefrorenem Wasser und reinem Kristallzucker. Ja, genau das machen wir. Wir machen aus Niggern einfach Limonade. Gratis Limonade für mich aufhören. Die Batterie kommt auch in den Mixer, da wird's ein Powerdrink. Sie glauben doch wohl nicht, dass der Rassismus jemals vorbei ist. Das ist, so kann man... Es geht doch hier darum, dafür zu sorgen, dass jeder in dieser... Wenn der Reverend schon vor zehn Jahren hier im Bau war, dann musste ich ihn doch gekannt haben. Ja, das ist richtig. An dem Tag hatte ich mit Lieutenant Dengel Dienst im Bau. Ah, wir haben versucht, Le Carp festzunehmen. Er ist auf uns losgegangen, weil er mit Angel Dust voll war bis zum Scheitel. Da haben wir ihm mit einem Gummiknüppel die Ohren angelegt. Was meinst denn du? Eine Festnahme unter normalen Umständen war unzureichend und erwies sich als wirkungslos. Deshalb habe ich mich gezwungen gesehen, meinen Knüppel sehen zu lassen, um ihm eine Botschaft von meinem Gott zu übermitteln. Und wohin hast du diese Botschaft an seinem Körper überbracht? Überwiegend im Scheitelbereich. Was Reverend Le Carp betrifft, habe ich eine große Schwäche für Leute mit großen Zähnen. Also, ich bin echt ein großer Fan. Hm, die Beißer sind aber nicht echt. Das ist eine Fressprothese, die im Echten hat er ausgespuckt. In die Kackschüssel in seiner Zelle. Wirklich? Oh ja. Knack. Gummierte Grüße. In der Art von Gassieren. Dann muss ich das vielleicht nochmal durchdenken. Ja, das scheint, äh, das scheint so alles okay zu sein. Gut, gut. Ich war nur etwas, äh, etwas besorgt wegen der, wie nennt man das, äh, diese Zusatzkiste hier? Ich kenne auch die ganzen Früchte nicht, die hier aufgezählt sind. Äh, und das, äh, das sind die Messingbären. Gelesen habe ich das schon. Die Sache ist nur die, ich habe noch nie was davon gehört. Ich würde gerne Messingbären besorgen, aber ich wüsste nicht, wo... Messingbären kommen das erste Mal bei Noah vor. Sie wissen, Noah, er hat sie für die kleinen Tiere vorgekaut auf der Arche und dann, äh, er hat sie ihnen in den Mund gespuckt. Oh, er hat sie gefüttert. Also gefüttert wie eine Vogelmutter. Das war ein Messingbären. Messingbären. Ja, genau. Kann ich, könnte ich vielleicht einen Vorschlag nehmen? Ich höre. Wie wär's mit Himbeeren? Geht nicht. Wie wär das? Absolut nicht. Und hier, private Sicherheitsdienst. Was heißt das? Ist doch völlig überflüssig. Ich meine, wir sind doch... Sie sind was? Wir sind doch Sicherheitsleute. Die Besten von Reno. Schön. Wenn Sie mich beschützen können, ist das okay. Aber wer beschützt mich dann vor Ihnen, Lieutenant? Was, Sie? Ja, natürlich. Sie machen das, okay. Sie haben so gemacht und da wusste ich nicht, meinen Sie Gott oder sich selbst. Ja, ich meine nämlich zum letzten Punkt ein hartes Nein. Ein hartes Nein? Ja. Bedeutet das dann also noch mehr als Nein, als ein weiches Nein? Ja, das Härteste, dass es gibt. Oder ein schluderiges kleines Neinchen? Das Härteste, dass es gibt. Oder eins, das fast hart wird, aber wenn ich nicht allzu viel getrunken habe, was ist vielleicht doch ein großes, hartes Nein? Ein Reklameschild für Sie. Ich bin gerade dagegen gefahren und habe einen 400 Dollar Schaden. Betrachten Sie es als mein Auftrittshonorar. Also, ich bin hier aufgekreuzt. Ein Auftrittshonorar, ha? Normalerweise 75.000 Dollar. Nein. Ich lasse mich bestechen mit einer Kiste Jack Daniels. Auch Bier ohne Alkohol? Na schön, erledigt und erledigt. Friede vor der Eierkuchen. Klasse. Okay, Ma'am, Sie sind also geschlagen worden, ja? Ja. Wollen Sie Anzeige erstatten? Sollen wir Sie mitnehmen? Bitte. Okay, machen wir. Könnte ich... Ich habe nur mal eine kleine Frage. Was glauben Sie, wann das läuft? Bitte was? Wann wird das etwa gesendet? Tja. Sagt man Ihnen sowas nicht? Na ja, wir kriegen... Wir haben eigentlich keine Informationen darüber, also eigentlich nicht. Ja, das ist... So ehrlich zu sein, so etwas wird wahrscheinlich gar nicht gesendet. Ja, so etwas wird normalerweise rausgeschnitten, weil es nicht besonders dramatisch ist. Hey, 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 nicht auf! Was soll denn das, ne? Steck doch mal die Dinger... Lass uns... Was ist da? Hören Sie auf damit. Hallo! Mach du doch mal. Was will ich denn? Ich will doch gar nicht. Da ist doch gar keiner drauf, Mädels. Hier, doch mal den Lappen über die Lämme ist. Wird das nun gesendet? So, und jetzt drehen Sie sich wieder um, danke. Nummer eins, treten Sie bitte einen Schritt vor und singen Sie Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Ach, Sir, etwas weniger aggressiv und mit etwas mehr Respekt für das kleine Jesuskind, okay? Amazing Grace, how sweet the sound. Das könnte ein Engel sein. Amen, verdammt noch mal. Habt ihr das alle gehört? Amazing Grace. Ausgezeichnet, Nummer zwei. Ausgezeichnet. Wissen Sie was? Ich musste doch echt an die Sklavenbefreiung denken, als Sie gesungen haben. Es war wirklich gut. Das ist komisch. Hier ist Trudy noch mal. Ich musste an meine ehemalige Wirtin denken. Bei der konnte man auch nachts noch Zwiebeln kaufen. Und man konnte bei ihr anschreiben lassen, ist aber pleite gegangen. Also Gratulation, ihr beide kommt in die nächste Runde. Und die anderen können jetzt nach Hause gehen. Nummer eins und Nummer zwei, ihr bleibt weiter in Haft. Gratulation. Das haben wir klasse gemacht, Clemmy. Ja. Die werden alle ziemlich aufgehört sein. Da würde ich mir glatt an Weihnachtsbaum hängen. Die Nummer eins. Er könnte dir den Hals durchschneiden und deinen Kopf oben auf den Weihnachtsbaum stecken. Oh Mann, Graffiti-Sprühen ist klasse. Oh ja, das kannst du laut sagen. Na, amüsiert ihr euch? Ja. Liegt höchstwahrscheinlich daran, dass bisher von euch noch keiner an einer Rosette lutschen musste, hm? Wie bitte? Die Graffiti-Scheiße ist illegal und ein todsicherer Weg, um einmal selbst im Knast einzureiten. Und glaubt mir eins, wenn ihr mal im Knast seid, werdet ihr lernen, was es heißt, einem anderen an der Puppe zu schmatzen. Aber ich kenne nicht mal diesen Ausdruck, den sie da sagen. Es gibt Leute, die sagen, es ist schlimmer, als vergewaltigt zu werden. Andere halten es für besser. Wenn ihr weiter Graffiti an die Hauswände sprüht, kommt ihr schon dahinter. Was es auch ist, das klingt krass scheiße. Dann wählt die sichere Seite. Und wenn eure Freunde mit euch Graffiti-Sprühen gehen wollen, dann sagt, ich mag keine Rosetten. Das sagt euch Deputy Ranisha Williams, die euch nichts vorliegt. Also wählt die sichere Seite. Als Reverend Le Carp verhaftet wurde, hast du da schon hier gearbeitet? Ja, sicher. Gassir und ich haben ihn verhaftet. Ehrlich? Ja. Was hat er verbrochen? Äh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und auch, äh, mit abbürsten. Wie jetzt, er hat gekokst und sich beim Pokern einen runtergeholt? In der Reihenfolge, ja? Also normalerweise werden wir nicht in diesem Stadtteil gerufen, aber offenbar gab's ein bisschen Trouble bei einer Show in den Casinos. Ah, sehen wir mal nach. Dann kommen Sie mal runter und erzählen Sie uns ein paar Takte. Es war ganz schrecklich. Was ist denn passiert? Furchtbar. Sehen Sie mal, wir müssen ja wissen, was los ist. Wir wurden gerufen. Ja, also was ist passiert? Oh, es war so, es war so scheißlich. Ja, beruhigen Sie sich erst mal. Schön ruhig bleiben. Meine kleine Schnalle. Ich war gerade da drinnen. Ich war in der Show. Magic Mystery Caravan von Furia. Es ist eine Show. Na ja, die war gerade beendet. Und ich, äh, sieh mal mein Schnubbelchen. Ich war sehr froh, dass... Schätzchen, ich verstehe kein Wort. Nochmal ins Reine. Ich war glücklich über die Show. Mir hat Richts Herze gebubbert. Das war eine echte Schöpfung. Sowas wie eine Kakerlachs-Causa. Gesundheit. Na, das sag's doch. Okay, okay. Also wer war denn nun der andere, der... Also wer war denn hier einer der Sprache, die man versteht? Ich durfte der Insische sein, der so Gauderwelsch versteht. Sehen Sie mich an und sagen Sie mir nach, was ich sage. Halleluja! Können Sie das nachmachen? Melli, Melunscher! Ach, du kriegst nicht rein. Nein, so geht das nicht. Halleluja! Das ist doch völlig sinnlos, Garcia. Halleluja! Halleluja! Allee, Allee, Allee im Schund! Ich muss noch am Dort spielen, bis er wieder in der Spur ist. Wir kommen wieder, okay? Schön durchhalten. Aber nicht so lange warten lassen, sonst wird mein Potion kalt. Okay, okay. Nein, ich bin nicht begeistert, dass der Reverend hier seine Show abspulen will. Ich glaube, dass das unsere Arbeit hier als Gesetzeshüter lächerlich macht. Ich glaube, der Typ nutzt nur die Gutmütigkeit von unserem Chef aus. Und er wird uns hier wie Idioten aussehen lassen. Nein. Ich hoffe, dass er auf Kürze ausrutscht. Nein, nein. Wie Idioten seht ihr jetzt schon aus. Er lässt euch nicht wie etwas aussehen, was ihr schon seid. Lasse den hier eintreten, der sich in der Wahrheit... Der müsste in seiner Wahrheit hier wandeln und der darf hier reinkommen. So heißt es. Na ja... So steht's in der Bibel. Hier ist Kanal 38 und jetzt wird es Zeit für Reverend Le Carps halbe Stunde der Kraft. Da sind wir wieder und ich hoffe, der kleine Film über die lieben Babys, die ihre Hilfe nötig haben, damit sie nicht gefressen werden, hat ihnen gefallen. Jetzt betreten wir mal eine Zelle und sehen, wer hier von mir gerettet werden muss. Denn dies ist eine spezielle Zelle. Eine Zelle, in der ich meine Erleuchtung hatte. Denn Gott hatte dieser Zelle zu mir gesprochen. Und wen haben wir denn hier, wenn wir allein nicht aufstehen? Oh, wie ich sehe, du bist behindert. Was für ein Dreck befindet sich im Innern des Morastes? Würde sich das jemals eine behinderte Prostituierte zunutze machen können? Sie muss geheilt werden. Meine Tochter, wie ist dein Name? Oh ja, ich will mir das nicht sagen. Sie redet ja gar in gespaltenen Zelle. Halleluja! Ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei, drei und jetzt erhebe dich aus dem Rollstuhl. Jeder kann sehen, wie sie aufsteht. Sie schätzt sich um die Stühle auf. Das ist so ein besonderer Moment für mich, wenn Sie gerade zugeschaltet haben sollten. Ich betrete nämlich eine Zelle, meine Zelle, in der ich Gott gefunden habe. Oder besser gesagt, in der Gott mich gefunden hat. Ich habe mich selbst in dieser Toilette aus Edelstahl getauft. Jemand hier braucht mich. Ich fühle es genau. Hier muss jemand gerettet werden. Führe mich zu ihm. Ja, ja, nein, nein, ja, 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 Sie müssen das sein. Officer Garcia. Halleluja! Er muss gerettet werden. Ja, das stimmt. Ja, er selbst will kaum glauben, dass er gerettet werden muss. Aber es ist so. Muss Garcia nicht gerettet werden? Rettet! Rettet! Ich bin ja so, oh Garcia, ich möchte, dass Sie hier stehen. Jetzt hört sie mir mal ganz genau zu. Sie sind, er ist verloren. Er ist genau wie ihr alle. Ihr seid alle verloren. Und böse ist er. Böse ist er, das sagt in der Chor. Was ist er? Er ist ein Loser. Das stimmt nicht. Er ist böse und er ist ein Loser. Sie wissen genau, dass sich das so verhält. Sie müssen schon ehrlich sein. Was mögen Sie nicht an Garcia? Er ist Mexikaner. Sie sind Mexikaner. Das ist unfair. Sie sind böse und Sie sind ein Loser. Sie müssen aber unbedingt wissen, dass, ganz egal was auch passiert, ich Sie liebe. Und Gott. Das ist großartig. I'm gonna lay down my body. Ich sehe in Ihren Augen und ich lese in Ihren Augen, dass Sie tief im Innersten ein sehr sanfter Mensch sind. Jetzt entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich, entspannen Sie sich, denn ich werde Sie jetzt retten. Sie sind kein böser Mensch. Sie sind auch kein trauriger Mensch und Sie sind auch kein dummer Mensch. Sie sind nicht hässlich. Ich liebe Sie und ich liebe Sie mit all Ihren Fehlern. Ihre Sünden werden hinweggewaschen, weil Sie geliebt werden. Sie werden geliebt und ich werde Sie in diesem Moment retten. Kommen Sie zu meiner Hand und spüren Sie die Kraft, die davon ausgeht. Machen Sie sich bereit, meine Kraft aufzunehmen. Sie werden gerettet werden. Ihre Rettung steht bevor. Sie werden jetzt Gott begegnen. Wenn ich werde Sie retten, ich rette Sie, ich rette Sie, ich rette Sie, ich rette Sie. Ich habe in dieser Zähne geschlagen und in die Scheiße aus den Rippen geprügelt. Habe du, Wichser, du, du miese Drecksau, du, du hast mir die Scheiße rausgeprügelt. Sieh dir diese Zähne an, du hast sie rausgeschlagen, du Eimer Scheiße. Fick dich selbst. In der Höhne sollst du verrotten mit allen verschwuchteten Scheißwichsern. Tja, was machst du jetzt, Gassir, ha? Was macht ihr alle jetzt, ihr schwulen Penner, ha? Jetzt könnt ihr nichts mehr machen, ihr Flachmixer. Rache ist geil, du hast mir den Sack verbogen, Gassir. Die ist abgeschlossen. Werbe, eine Werbepause wird jetzt sein. Oh. Ist doch so nicht. Na ja. Er ist jetzt draußen und zeigt uns den Stinkefinger. Nein, das tut er nicht. Echt mal? Ja. Wann kommt denn der neue Schließer? Am Dienstag, langes Wochenende. Aber wir mussten es ja an einem Freitag abziehen. Ich hab noch schlimmere Neuigkeiten, ich muss nämlich mal groß. Das machst du auch nicht, das musst du dir schön vergleichen, lass dir keine Nase aus. Das vergneifst du dir. Nein, übers Wochenende, also nur kleine Geschäfte. Dass das klar ist, nur ganz kleine Geschäfte. Lieber Gott. Jesus Christ. Und das kleine Jesuskind. Und die Jesusmama, die auf einem Eselsrücken nach Bethlehem geritten ist. Sie alle zusammen, Herr. Wir segnen sie alle. Gib diesen wunderbaren Schwertern deines Rechts, die die gesegnete Polizeiarbeit zu deiner Rettung tun. Gib ihnen den Geist und die Kraft, die Leidenschaft und die Liebe zu deinem göttlichen Leben. Damit wir diese Show hinkriegen, ohne allzu viel Scheiße zu bauen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020